Ich steige charmant ein, wie immer. Koppenberg, konntest du durchfahren? Also ich glaube, ich hätte durchfahren können, wenn ich vor mir alle abgestiegen war. Dann hat das Crossfahren doch ein bisschen geholfen diesen Winter. Aber ich bin dann letztendlich auch gelaufen. Es war ein episches Radrennen, aber mehr oder weniger auf Ansage, weil viele Mannschaften offensiv agieren wollten. Was war euer Plan, gerade mit einem saustarken Michael Messius heute? Und wie hast du es erlebt? Also für mich war es jetzt die vierte Flandernrundfahrt mit Abstand die härteste. Ich weiß nicht, ob ich so ein Radrennen überhaupt schon erlebt habe. Es war unglaublich. Bling war mit Abstand unsere beste Karte. Ich habe ihn unterstützt, bis ich fast vom Rad gefallen bin. Und bin sehr, sehr stolz, dass wir das gelöst haben. Die Situation, bevor es dann quasi in das heiße Finale ging, war allen klar, okay, wir warten jetzt hier, bis auch ein Mathieu van der Poelen die Offensive geht? Oder kam es gar nicht zu einer Situation, wo man überlegen konnte, was passiert als nächstes? Naja, waren ja fast alle stehen K.O. Also viel zu überlegen war da nicht mehr. Hauptsache noch halbwegs vorne halten und selten so viele Top-Fahrer so müde gesehen. In einer Woche Paris-Roubaix. Wie blickst du jetzt darauf? Ja, ich denke, es ist alles möglich. Wie lange brauchst du, um dich zu erholen von heute? Keine Ahnung, aber jetzt bin ich erst mal richtig, richtig im Sack. Also wird schon ein paar Tage dauern. Stell den Preis könnte ich mir eigentlich sparen, weil mit der Form kann ich bei Robert mit Sicherheit ganz vorne fahren. Aber normalerweise fahre ich dann nochmal mit. Aber jetzt mache ich erst noch zwei Tage gar nichts. Danke.